Hallo, grüß euch. In dem Video geht es weiter mit unserer Nutzwertanalyse und eher mit ein paar Tipps, wie man effizient arbeitet und nicht durcheinander kommt. Also im letzten Video haben wir den Abstand zu den Siedlungsgebieten berechnet. Ich habe das dann noch re-klassifiziert. Das sieht man da links. Mein Dissiedl-Reg. Und habe mir eben aufgeschrieben, dass ich das erledigt habe. Als nächstes kommt eben Distanz zum Verkehr. Bevor ich weitermache, ordne ich ein bisschen. Also ihr seht, das wird langsam etwas unübersichtlich. Man kann so quasi Ordner machen mit meinen Layers und man kann sagen, ich hätte gerne einen New Group Layer. Also einfach rechtsklicken auf Layers oder wie auch immer our DataFrame heißt. Ich sage New Group Layer. Und da kann ich, wenn ich nicht doppelt klicke, sondern zweimal klicke, ich glaube, das habe ich eh schon mal gezeigt. Also erstmal anklicken zum Auswählen. Dann nach einer kurzen Pause nochmal klicken. Dann kann ich am schnellsten umbenennen. Ich nenne das zum Beispiel Zwischenergebnisse. Da schmeiße ich zum Beispiel mein Hang-Dings rein. Das zieht man einfach. Und was habe ich noch gehabt? Das Ziedl kommt da rein. Genau. Dann kann ich da ein bisschen ordnen. Ich schiebe das da nach unten. Dann mache ich gleich noch einen. Ich nehme das reklassifiziert. Das weiß ich, das sind dann tatsächlich meine bereits abgeschlossenen Ergebnisse für meine Kriterien. Was ich euch noch zeigen wollte, die Farben. Ihr seht, ich habe ja hier bei meinem Hang-Rack schon die Farben eingestellt. Und ich könnte jetzt hergehen und bei meinem Ziedl-Rack die Farben genauso einstellen. Aber ich zeige euch da einen Schmäh. Nämlich, wenn ich in die Eigenschaften reingehe, unter Symbology, ich kann die von anderen Layers importieren, meine Farben. Das heißt, ich klicke hier auf Import und dann ist eine Liste mit passenden Layern. In dem Fall zeigt man natürlich nur die Raster an. Und ich weiß, okay, mein Hang-Rack habe ich schon eingestellt, wie ich es gerne hätte. Dann klicke ich da drauf, sage OK. Und wenn das zusammenpasst, also es geht natürlich nur, wenn hier auch nur die Werte 1, 2 oder 3 sind. Aber in dem Fall ist das eh gleich. Dann übernimmt er mir die Farben und ich kann OK sagen. Jetzt ist das gleich eingefärbt. Also das ist auch ein Tipp. Genau, so viel dazu. Das lasse ich mir jetzt da oben. Der nächste Schritt wäre bei mir, ich schiebe es lieber runter. Der nächste Schritt wäre, den Verkehr quasi zu behandeln. Und da zeige ich jetzt auch noch ein Schmäh. Okay, also wir schauen uns jetzt mal an, was wir da haben. Ah, übrigens meine Siedlungen, die kann ich auch da runterschieben. Die brauche ich auch nicht oben. Gut, also wir haben ja den Layern mit Roads. Und wenn wir da in die Attributtabelle schauen, sehen wir, OK, da gibt es wieder verschiedene Typen von Straßen. Und in unserer Aufgabenstellung, wo haben wir das? Einfach nur Distanz zur Verkehrsinfrastruktur. Infos haben wir dazu. Es gibt halt unterschiedliche Regelungen und es geht Abstand zu Straßen. Und genau, die Sache ist, wir haben da nicht nur Straßen, sondern wir werden sehen, wir haben auch Eisenbahntrassen und Wasserwege und so. Also ich gehe wieder wie vorhin auf Select by Attributes, schauen wir bei Roadtyp, was es überhaupt gibt. Okay, wir haben normale Straßen, Autobahn, Gemeindestraße, Bundesstraße und so. Aber eben auch Bahntrasse und Rad- und Fußwege sowie Schifffahrtsweg und Wirtschaftsweg. Das ist wahrscheinlich eher so ein Schotterweg. Das heißt, ich kann hier ein paar wahrscheinlich ausschließen, weil gesetzlich, dass ich nicht neben einer Gemeindestraße oder so ein Windradl hinstelle, der ist eine Sache, aber vielleicht bei einem Fußweg oder vielleicht auch noch, aber ein Wirtschaftsweg kann uns wahrscheinlich wurscht sein, der Schifffahrtsweg vielleicht auch. Also das ist Interpretationssache bzw. Recherchearbeit. Ihr solltet das so gut wie möglich recherchieren. Also man macht das nicht einfach irgendwie, wie ich gerade mache, sondern im Idealfall recherchiert man und weiß dann auch. Was legal ist und was nicht sozusagen oder welche Vorgaben es gibt, wo auch immer man sich befindet. Auf jeden Fall wählen wir jetzt mal die aus, die wir nicht dabei haben wollen, weil das sind weniger und wir können nämlich dann die Auswahl umkehren. Das heißt, wie vorhin gebe ich wieder so eine Formel ein. Ich sage, Roadtyp ist gleich. Und was ist uns wahrscheinlich wurscht? Ich behaupte jetzt einfach, die Bahntrasse ist uns wurscht, wenn neben dem Zug ein Windrad steht. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es Regeln dagegen, lassen wir es jetzt einfach mal so. Und dann, das habe ich eh in einem anderen Video schon hergezeigt, da habe ich es vielleicht eh schon gebraucht, wenn ich mehrere Sachen auswählen will, kann ich sagen, OR und dann nochmal so eine Formel eingeben. Roadtip ist gleich. Bundesstraße Wollmer, Gemeindestraße Wollmer, Landstraße Wollmer, Rad- und Fußweg wollen wir auch, Schifffahrtsweg aber kann uns wurscht sein. Das heißt, ich kann so mehrere Sachen auswählen und das OR ist wichtig. Wir nehmen da kein AND, sondern ein OR, weil es geht ja nicht darum, wenn ich AND sage, müssten quasi beide Sachen zustimmen und es kann nicht in einer Zeile gleichzeitig Bahnstrasse oder Schifffahrtsweg sein. Deswegen brauchen wir ein OR. Und wenn ich jetzt noch den Wirtschaftsweg da hinzufügen will, gebe ich nochmal OR ein, Roadtip ist gleich Wirtschaftsweg. Und wenn ich jetzt Apply sage, wählt er mir eben die drei Sachen aus, die ich da habe, also die kleinen Wege sozusagen. Das sieht man ja da oben. Ich rutsche das ein bisschen runter. Genau. Also die Bahnsachen und die kleinen Wege und die Schifffahrtswege sind uns wurscht. Zur Abstandsberechnung müssen wir aber das auswählen, was wir schon haben wollen. Und da gibt es diesen Button hier, Switch Selection. Da klicke ich einfach drauf und tada, jetzt sind alle Sachen ausgewählt, die wir berücksichtigen wollen. Und jetzt noch einen Schmäh. Also man kann nicht so vorgehen wie im vorherigen Video bei den Siedlungsgebieten. Da haben wir ja die Siedlungsgebiete ausgewählt und dann exportiert in einen neuen Shapefile mit nur den Siedlungsgebieten. Das könnten wir jetzt auch machen. Also wir könnten sagen, Rechtsklick, Data, Export Data mit den ausgewählten Features und dann machen wir einen neuen Straßen, einen neuen Straßenshapefile, was nur die Straßen, die uns interessieren. Oder, und das ist jetzt die coole Abkürzung, wenn man weiß, und das weiß ich, und ihr wisst es ab jetzt auch, dass das GIS bei Berechnungen nur die Auswahl berücksichtigt, können wir uns das sparen. Ich mache mal die Tabelle zu. Das heißt, wir haben jetzt ausgewählt, was uns interessiert. Und wenn ich jetzt ein Werkzeug anwende, in dem Fall wäre das wieder unser Euclidean Distance Werkzeug, dann berücksichtigt das Werkzeug in dem Layer, der mich interessiert, also ich sage hier wieder Roads, der berücksichtigt eh nur das, was ohnehin ausgewählt ist. Das heißt, ich kann mir diesen Exportzwischenschritt sparen, wenn ich mag. Und ich mache das so. Gut. Ansonsten geht es wie gehabt. Ich sage hier wieder Dist. Roads nenne ich jetzt einfach. Ich mische ein bisschen Englisch und Deutsch, aber es wurscht. Und dann den Rest haben wir gesagt, ist uns wurscht. Und ich sage mal, was er macht. Genau. Man sieht jetzt sehr schön, die Abstände beziehen sich nur auf die ausgewählten Straßen. Und diese anderen Straßen, die wir nicht ausgewählt hatten, werden einfach ignoriert bei der Abstandsberechnung. Also das ist auch eine coole Abkürzung. Und ja, weiter. Der nächste Schritt wäre wieder reklassifizieren und entsprechend einordnen, damit wir ein bisschen Ordnung bewahren. Genau. Aber das zeige ich euch nicht extra separat. Das könnt ihr jetzt eh schon.